Herzlich Willkommen zurück meine Damen und Herren zu einem neuen Video und ich hoffe natürlich auch wie immer zu Beginn, dass es euch in euren Liebsten wie immer ganz gut geht und ja, freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid beim neuen Video. Und hier ist jetzt mal was kleines für den Train Simulator und das ist tatsächlich im Bau im Moment und hier seht ihr das auch schon, das ist nämlich ein Bild von dem User Ghost Train, glaube ich, aus dem Razum Forum. Der baut nämlich aktuell den Streckenabschnitt nach, ja, also mehrere Teile davon, also in erster Linie ist es halt von Hamburg nach Itzehoe, dann gibt es nochmal einen Teil von Hamburg nach Kiel und dann nochmal von Hamburg über Neumünster, Rendsburg, Flensburg nach Padborg. Also zusammengefasst ist das unter Norddeutschland, das ganze Projekt und ja, bis Elmshorn ist die Strecke dann wiederverwendbar, danach gabelt es sich dann einmal nach Itzehoe weg und dann einmal, glaube ich, nach Neumünster und dann nach Kiel und von Neumünster geht es dann auch weiter Richtung Rendsburg. Und es ist eben ein erstes Bild, was ihr hier gerade seht. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, das ist Hamburg Elmshorn, würde ich jetzt mal sagen. Er hat es leider nicht dazu geschrieben, aber so sieht das Ganze aus, übrigens, wenn man zum Beispiel eine Strecke baut, also ziemlich viel Klimbim im Simulator, sag ich schon, in dem Editor. Ist auch ganz schön aufwendig. Und ja, hier haben wir ein weiteres Bild. Da sieht man auch schön, dass die Landschaft wahrscheinlich um Hamburg in Richtung Norden raus ganz schön, ja, wie soll man es sagen, also ich finde, das sieht auf den ersten Blick sehr gut gelungen aus. Das hat er wahrscheinlich dann schon selber gebaut an der Stelle. Und wenn uns so etwas schön Dexturiertes erwartet in diesem Freeway-Projekt, dann kann ich eigentlich nur sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Bereicherung für den Trend Simulator. Hier haben wir noch ein weiteres Bild von einer Gleisanlage, beziehungsweise da rechts dann auch einem Werk. Das kann unter Umständen sogar ein ICE-Werk sein. Wenn mich nicht sogar alles täuscht, gibt es, glaube ich, gibt es nicht sogar ein ICE-Werk in Hamburg, wenn mich nicht alles täuscht. Und, meine ich, war doch mal was. Also, zumindest hätte ich mal schwören können. Genau, es gibt nämlich tatsächlich ein ICE-Werk in Hamburg-Eidelstedt. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, dass das hier unter Umständen sogar sein kann, was wir hier gerade sehen. Aber von Norden aus betrachtet, also mit Blickrichtung in den Süden. Das müsste es sein, ungefähr, genau. Hier ist ansonsten einmal eine Streckenübersicht mit der 9er-Karte. Und, ähm, das ist nicht die ganze Strecke, glaube ich, sondern das ist jetzt nur der Teil bis, ähm, lasst mich nochmal kurz gucken. Ich glaube, das war dann der Teil bis Elmshorn. Und, äh, genau. Dann habe ich hier oben nochmal drei weitere Bilder. Schaut mal, hier. Das ist schon quasi der Fortschritt, der gemacht wurde. Mit einem kleinen Züglein hier oben mit der 245, der NaSH, sowie einem IC4 von Global Bridge Entertainment. Also, das heißt, er hat auch schon Gleisanlagen, äh, er hat auch Gleisanlagen verbaut und Oberleitungen gesetzt für einen Teil. Hier nochmal aus einer anderen Richtung betrachtet. Also, es sieht auf jeden Fall an sich sehr gut aus. Gut, die Gleise, die sind jetzt nicht die gewohnten VHQ-Tracks, aber die kann man sich dann ja selber tauschen über die, ich glaube, Tracks.bin-Datei. Und, genau, hier haben wir auch nochmal eine weitere Ansicht. Also, da wartet uns auf jeden Fall eine sehr gute Erweiterung tatsächlich. Und ich bin auch sehr gespannt und freue mich auch sehr darauf, dann mit euch in Zukunft da langfahren zu können. Und jetzt zeige ich euch nochmal ein weiteres Bild. Und zwar, hier seht ihr dann nochmal den Raysom-Forum-Eintrag. Jetzt kann ich nochmal hier im Hintergrund gerade die anderen Sachen wegmachen. Dann seht ihr jetzt nur das. Das ist vom 5. Mai angekündigt, Norddeutschland. Und, genau, wie gesagt, Hammukopanow, über Altona, nach Elmshorn und dann jeweils nach Itzohau oder nach Neumünster und dann nach Kiel oder nach, äh, Richtung Patburg. Genau, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns bei der nächsten Fahrt wieder, meine Damen und Herren. Bleibt schön gesund. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für das Anschauen dieses Videos und würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Meinung zu der Strecke gerne mal oder worauf ihr euch am meisten freut, mir gerne in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Fahrt auf jeden Fall wieder. Bis morgen und bleibt schön gesund. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ciao.